So, jetzt wird's ehren. So, jetzt wird's ehren. So, jetzt wird's ehren. Solche Dinge bringen einen natürlich weiter. Also, sich jeden Tag neue Challenges zu stecken, sich jeden Tag selbst neu herauszufordern. Weil, wenn man da nicht eben über den Tellerrand hinaus schaut, dann wird's schwierig. So, jetzt wird's ehren. So, jetzt wird's ehren.